Die Kapitalpartnergruppe ist ein eigentümergeführtes Immobilienunternehmen. Wir sind mittlerweile erfreulicherweise in der zweiten Generation seit ca. 50 Jahren am Markt. Kapitalpartner macht seit 2011 ausschließlich studentisches Wohnen. Wir haben seither an verschiedenen Universitätsstandorten Apartmenthäuser verschwenden, erstellt, vermietet und auch verkauft. Kapitalpartner ist auch schön zu sehen, dass ein kleiner Nischenplayer als Pionier einer Asset-Klasse schon angesehen werden kann, als sie gestartet sind. Vor Jahren im Bereich studentisches Wohnen hatte das keiner auf dem Schirm. Mittlerweile sind große Player am Markt und dieses Familienunternehmen kann nachhaltig mithalten, kann bessere Angebote abgeben, kann hervorragend bauen. Wir sind alle durchweg motiviert wie die Rennpferdchen vom Staat. Dadurch, dass wir Stand heute fast drei Millionen Studierende haben, wird im Ende zumindest mal in unserer Branche nicht in Sicht sein. Wir sind jetzt hier in Hamburg in der Beringstraße 140, die Nummer 6 in unserer Reihe Campus Wohnen. Wir haben hier 141 Apartments erstellt. Das Objekt wurde übergeben an einen institutionellen Anleger. Wir haben hier dann einen Concierge-Service. Wir haben einen Kaffee hier im Erdgeschoss, das für die Bewohner da ist. Wir haben einen Waschsalon im Gebäude, einen großen Fahrradraum. Oben im Dachgeschoss haben wir einen sehr großen Gemeinschaftsraum mit einer riesen Dachterrasse, wo dann auch wirklich Veranstaltungen und vielleicht auch hoffentlich Partys stattfinden. Es gibt viele rechtliche Hürden oder Herausforderungen, die zu stemmen sind. Und da sind wir froh, dass wir schon auf lange Jahre Partnerschaft mit Kraft von Westfalen zurückblicken können. Ich glaube, es ist hier eine Weile Usually mit Kraftform auf dem Leibstraße, Ich glasisch. Da bin ich zu in der Wunderschwunst. about was vom St. Leibstraße. Ich bin der Wunderschosser-Wunderschosser. Ich bin der Wunderschosser. Ich bin der Wunderschosser-Wunderschönen. Vielen Dank.